Ich denke, da werden vier sehr, sehr starke Mannschaften in seinem Feinde vor. Das ganze Team ist hochmotiviert und wir werden dieses Jahr, denke ich mal, zeigen, was wir drauf haben. Wir wollen gewinnen und dementsprechend können wir auch gewinnen. St. Leon Roth ist sicherlich grundsätzlich immer Top-Favorit. Man kann es schaffen, es ist schwer, aber wir sind guter Dinge, dass wir das auch rocken werden. Wir sind richtig gut drauf momentan. Also wir legen noch ein paar Trainingseinheiten um drauf, aber ich denke, wir wollen St. Leon Roth angreifen, dass das dieses Jahr was wird mit dem deutschen Meistertitel. Da müssen wir schon nochmal alles geben und es wird hart, aber wir wollen das Ding wiederholen. Das werde ich nie vergessen. Ich würde auch nur mit, wir sind aufschauen und dazu wollen wir vorstellen. Ja bin розiebene, dass der K Mur bin. Sch anticip DON für mich sotrlig und einfach sei es zu weit, was noch deine Karriere ORG. Wenn du schon drauf wirst, dann zeigt uns alle guten Kuhnö?? Also ich sage mal, ich glaube dann li bias.